Samina Augsburg, Ihr Samina Betten Fachgeschäft in Augsburg. Bioenergetischer Schlaf ist die höchste Form der seelischen und körperlichen Regeneration. Samina unterstützt Sie dabei mit feinstem Bettwaren und einem durchdachten Schlafsystem. Jahrelange Forschungen und Erkenntnisse aus mehr als 30 Jahren Erfahrung fließen bei Samina in die Produktentwicklung mit ein. Sie glauben es nicht? Dann kommen Sie in das Fachgeschäft Samina Augsburg vorbei und überzeugen Sie sich direkt vor Ort. Die Samina Schlafgesundberater zeigen Ihnen gerne in einem kostenlosen und unverbindlichen Beratungsgespräch die einzigartige Wirkungsweise des Samina Schlafsystems. Samina, Ihr Samina Kissen Fachgeschäft in Augsburg. Neben über 30 orthopädischen Kissen ist das Samina Soundkissen eine der neuesten Innovationen. Das spezielle Musikkissen wurde dazu entwickelt, ein erholsames Einschlafen und entspanntes Durchschlafen zu fördern. Dabei kann der Hörer aus verschiedenen Musikprogrammpunkten auswählen. Bei der Entwicklung wurden sämtliche schlafbiologischen Aspekte und Anforderungen beachtet. So erzeugt das Kissen keinen Elektrosmog und besteht aus natürlichen Rohstoffen. Bei den Musikstücken handelt es sich um eigens dafür komponierte Tonfrequenzen, die eine beruhigende Wirkung auf den menschlichen Körper entfalten. Das Kopfkissen eignet sich auch bestens für einen Powernap zwischendurch. Verbessern Sie mit Powernapping Ihre Konzentration und steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit. Überzeugen Sie sich selbst vom Soundkissen und kommen Sie vorbei. Dazu können Sie bequem von zu Hause aus einen Termin zum Probehören vereinbaren.